Also dann, letzter Go. Viel Spaß. Bleib nicht zu lange im Dunkeln. Achte auf entfernte Geräusche. Und, ich bin drin. So, mal gucken. Huch. So. Okay, wir sind da. Geil. Los, auf geht's, Frau Ballermann. Geisterparty. Okay. Verjagen Sie während einer Jagd. Einen Geist mit Räucherstäbchen. Oh, okay. Ja, komplett anders jetzt. Dann lassen Sie einen Geist durch Salz wandern und hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Der Name des Geistes ist James Thompson und wir müssen selbst herausfinden, ob das Vieh alleine oder ob auf Gruppen reagiert. Würde ich von vornherein sagen, alleine. Ähm, ich nehme... Was nehme ich jetzt mit? Ich nehme das mit. Ich nehme die Talkbox mit. Ich brauche Licht. Let's go. Ist schon Schlüssel mitgenommen worden? Wieso geht das jetzt nicht an, jetzt? So, ähm, gleich mal... Oh, ich glaube, ich habe den Geist. Ich glaube, ich habe den Geist. Okay, wo? Drei Grad in der Garage. Ja, hier sind es gerade überall so einstellige Gerade. Wir müssen erst mal Strom anmachen. Das stimmt wegen des Stroms. Genau, wir müssen erst mal Strom anmachen. Wo war in dieser Map nochmal Stromkasten? Im Keller. Im Keller, oh, Licht. Aber ich glaube, der Bram hat jetzt Schlüssel noch. Licht, es werde Licht. Ich habe ihn. Ich habe jetzt nur Regeln. Ich bin der Regler. Dreamy, unser Elektriker. Ach, hat er schon gemacht. Ja, es ist schon alles gerichtet. Jetzt braucht es natürlich ein bisschen, bis sich alles aufwärmt. Ich gucke erst mal. Obwohl, es macht doch keinen Sinn, ne? Momentan sagt es hier Küche. Fünf Grad in der Garage. Das ist momentan... Hä? Jetzt ist mehr, hä? Ja. Geh mal nach oben. Ich glaube, wir müssen etwas warten, bis sich das Ding hier etwas aufgewärmt hat. Ich glaube, wir müssen erst mal warten, bis es etwas aufgewärmt hat. Gib uns ein Zeichen. Ach, man kann gar nicht nach oben. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie ist der Kerl? Gute Frage. Nächste Frage. Bist du hier? Was bist du? Okay, Keller kann man schon mal ausschließen. So. Hä? Bei wem schreit's? Okay. Es passieren anscheinend Dinge. Schreie! Okay, der reagiert darauf nicht. Mach die Tür zu. Okay, keine Ahnung. So. Zehn Grad. Dreizehn Grad. Zehn Grad. Dreizehn. Ich bring's ein Zeichen. Elf Grad. Zwölf. Ist immer noch zu warm. Abstellraum hier. Schuhe. 14 Grad. Ja, jetzt wird's langsam wärmer hier drin. Also es braucht anscheinend schon seine Zeit, bis es auch temperaturtechnisch hoch geht. Zehn Grad. Okay. Fünfzehn. Elf. Es wurde in Salz gelatscht. Ja, das hat schon gezählt auf dem Weißen. Und hier in der Küche sind's einstellig gegradet. Der wird wohl irgendwie hier so sein. Warum wird's jetzt wieder 15 Grad? 16 Grad? Hä? Wandert der wieder? Hier. Hier. Da ist so ein Wanderhalter jetzt. Hier. In diesem Essraum. Esszimmer. Hier. Da wird er wohl sich aufhalten. Bist du hier? Was sollen wir tun? Hier ist ein Fingerabdrück. Wir haben Fingerabdrücke. Hab's gehört. Einmal Finger. Mach mal das Licht ab. Ähm. Bist du hier? Sprich mit uns. Wie alt bist du? Die Box hat reagiert. Schreie. Okay. Okay. Okay, also ein Gespenst. Spirit oder... Oder... Wo bist du? Wo bist du? Was wünschst du? Geld. Wie bist du drauf? Der möchte schmerzen. Ist hier jemand? Welches Geschlecht hast du? Hast du das Geist auf dem Buch? Okay, okay. Kannst du das hin tun? Auf dem Tisch? Ja, irgendwie hier so. Der Geist reagiert nur, wenn man alleine ist anscheinend. Äh. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Du Lappen. Oder ist das der falsche Platz? Ja, du packst mal auf den Tisch. So. Gefriertemperaturen hatten wir jetzt doch nicht, ne? Was fehlt denn uns eigentlich noch? Kann ich ja selber nachgucken. Schreibe ins Buch. Sind schon noch ein paar. Hä? Was war das? Was war das? War es die Mikrowelle? Ja, weiß ich nicht. Warst du das? Zeig dich. Drei. Was hat er gesagt? Der ist weg. Wo ich gesagt habe, äh, zeig dich. Okay. Vielleicht ist er weiter gelaufen. Wann bist du geboren? Also der reagiert doch, wenn man ein paar Leute ist hier. Er hat das Licht, er hat den Strom wieder ausgemacht. Oh, nett. Wo befindest du dich? Registri, deine Zähne ist auf 22. Okay. Alles klar, danke. Ist das dein Zuhause? Willst du, dass wir gehen? Okay, darauf reagiert er nicht. Ich lasse es mal hier. Zeit für ein paar Drogen, würde ich sagen. Ja. Klassiker. Schon wieder. Da drin hat es schon wieder kurz gepiept. Also, ich glaube, den Orb können wir ausschließen. Wieso ist da schon wieder so viel Licht an? Ähm. Wegen der Kerzen. Nein, der Geist macht Dinge. Wir gehen gerade Licht an und aus. Also, wenn wir Kerzen, würde es vermutlich jetzt nicht stören. Wir brauchen noch ein Kruzifix. Und während einer Jagd, Räucherkerzen nehmen. Haben wir nur noch ein Paket? Ja, ein Paket Räucherkerzen gibt es noch. Das ist gut. Mein Dreamy hat nämlich schon vorneweg schon geräuchert. Hat jemand das Kruzifix mitgenommen? Ich glaube, das wird wohl Dreamy gewesen sein. Okay. Das könnte man noch mitnehmen. Hatten wir zwei Kruzifix? Nee, ich glaube, ich hatte nur einen. Sondern du hast doch einen hinzugefügt. Hm. Weiß ich nicht. Ähm. Noch mit Räucherstäbchen während einer Jagd. Kruzifix. Was brauchen wir noch? Wir haben Geister, Spirit, Gespenst, Poltergeist. Also das eine wären Gefriertemperaturen, Buch oder Orb. Und ich glaube, den Orb können wir wirklich ausschließen. Und Gefriertemperaturen auch. Dann müssen wir nur noch den richtigen Platz fürs Buch finden. Also ich nehme nochmal Thermometer auf jeden Fall dann mit. Ja. Sei denn, der Geist ist nicht mehr in diesem Raum. Das kann natürlich sein, aber... Sein, ne? Hatten wir gepiept. Kamera steht da. Ich bin mal. Naja, komm. Ich gehe jetzt erstmal wieder rein da. So, ich habe noch eine Kamera. Ich habe Thermometer dabei. Das ist eine Geisterfotografie. Komm. Das hätte doch was. Oh, schön. Kerz-Alan. Kruzifix ist hier vorne. Drei Grad. Kann es sein, dass der sich im Keller auffällt? Weil der immer den Stromkasten ausmacht? Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das Ding ist umgekippt. Ich glaube, das Ding ist umgekippt. Ich glaube, das ist ein... Ich glaube, das ist ein... Ich glaube, das ist ein... Ja, geht nicht. Zeig dich. Wer? Das hat aber auch nur einmal funktioniert, ne? Und sie fix auf den Tisch. Äh, schwierig. Hier liegt auch noch eins. Ja. Was bist du? Hier. Hä? Was ist das für eine Antwort? Gibt es hier einen Geist? Oh oh. Oh oh. Shit, 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 shit. Ich bin tot, ich bin tot, 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 tot. Ich bin tot. Oh, ich hab mal... Offensichtlich. Ja, es gibt halt so Fragen, die du über einen Geisterbox stellen kannst. Da ist halt diese Frage auch dabei. Ja, ich würde sagen... Ihr macht mal hübschen Foso von mir. Shit. Dreamy, bitte, Foto. Ah. Danke, Dön. Danke, Dön. Ähm... Ja, das ist leider ein trauriges Ende für mich. Mein ganzer Stuff ist jetzt natürlich weg. Das wird teuer. Ich hoffe, ich krieg ne gute Versicherung. Warum? Ich finde, ich hab das Gleiche gut. Aber irgendwie ins Buch geschrieben oder so? Nee. Ich glaube ja, es ist ein Spirit. Spirit. Das war Spirit. Oh, warte, das Kreuz hat Gedings. Spirit. Spirit. Geister. Fingerdrücke. Buch. Das war das Schwierigste. Buch ist schwierig. Fingerdrücke. Ähm... Fingerdrücke. Gefriertemperaturen. Haben wir nicht. Die ganze Zeit auch nicht. Also, ich würde ja sagen... Was war das andere noch? Poltergeist, ne? Ja. Poltergeist, Poltergeist. Das war ja das mit dem Orb, ne? Ist ja auch nicht so ganz einfach. Kann viele Objekte auf einmal werfen. Also, das passt schon. Er hat auch viele Dinge gemacht. Ich höre ihn rum. Was? Ist Niesi etwa drin? Aber ich sehe ihn nicht. Und ja, ich habe das Räucherzeug. Mach das erst an, wenn die Jagd losgeht. Feuerzeug zum Panzer. Ja, hab ich. Ich höre dich. Das bin auch nicht ich, ne? Wo bist du? Was ist das Ding? Rosa! Entweder... Das ist das Legacy. Zeige dich! Nee, ich mache gar nichts. Zeige dich! Der Geist war kurz hier vorne. Der ist hier vorne gespawnt. Und kam... Nachdem er kurz in die Garage reinkam, kam er ja wieder zurück. Zeige dich! Der ist nicht markiert. John Anderson! John Anderson! Wo bist du? Na ja, gilt die Geisterbox eigentlich auch, wenn man tot ist? John... Naja, aber der hat nur ein Ranch von drei Metern. Das heißt... Das heißt... Oh scheiße! Es ginge maximal bis hier hin. Ich glaube ich habe es gerade verkackt. Ja. Nicht gut. Es ist nämlich doch keine Jagd. Okay, Räucherstäbchen Quest ist schon mal... Abgehakt. Das ist nicht mehr drin. Schade. Okay, hier drin ist der Camp. Also ins Buch will er nicht schreiben. Gefriertemperaturen. Und wenn der hier mehr ist... Ja, aber der reagiert ja von der Stimme her. Hier drei Meter. Gut. Wenn Radius drei Meter... Warte mal. Das heißt, der könnte bis hier... Und wenn das da hinten das äußerste Rand war... Dann könnte... Tatsächlich... Ja doch, das würde bis hier hin dann vielleicht zählen. Aber nur wenn der äußerste Rand... Rand war das hier. Oder so. Ich geh mal gucken. Dann schreibe uns zu. Also... Buch nicht. Befrier nicht. Aber... Ja. Oh. Dadurch, dass die Camps jetzt nur in diesen Raum reinschauen. Wir haben keine Camp in diese Richtung. Es muss eine Camp in diese Richtung. Oder doch besser von hier aus so. Naja, gut. Schade. Ah, auch mit Ausschluss ist schwierig. Aber ich würde jetzt erstmal momentan sagen, dass es ein Poltergeist ist. Äh... Äh... ... Das wir... ... ... ... nicht den richtigen Platz fürs Buch gefunden haben. Und weil... ... wir haben ja nirgends Gefriertemperatur gehabt. Und den Orb können wir ja sicherlich 100% ausschließen. Schwierig. Aber ja, ich kann es nachvollziehen. Nein. Dann lass mich nochmal. Ich denke... Ich glaube, ich lass trotzdem Poltergeist. Weil irgendwie habe ich so Vibes, dass es Poltergeist sein könnte. Gespenst uns gehört. Ich weiß halt noch nicht, ob... ... das hat nennen. Wie aber das... ... äh... ... als Gespenst fu... Bitte? Ich weiß nicht, ob sie das... ... beim Gespenst steht... ... und er lässt keine Fuß... Ja, nee. Das mit dem Gespenst, das ist immer noch. Weil ich nicht, ob ich das gefixt habe. Ja, stimmt. Okay, stimmt. Das kann sein, dass das gefixt wurde. Das weiß ich auch nicht. Also... Geh mal davon aus, dass die... Ja, Spirits könnte sein, ne? Ja, der sehr stark gefährlicher wird... ... für gewöhnlich in einem Gebiet gefunden... ... wo der Tod auf dem Versuch ungeklärt bleibt. Ich bin immer noch dafür, dass es Poltergeist ist. Und besonders gefährlich erscheint mir der Geist, ne? Dann viele Objekte auf einmal werfen. Gut, hat er jetzt geworfen? Schwierig. Das ist in einem leeren Raum, fast ineffektiv. Wir waren viele Leute, da war dann plötzlich Aktivität. Das könnte passen. Und krass, die Objekte geworfen hat er auch nicht. Deswegen denke ich nicht, dass es ein Poltergeist ist. Dass laut ist und Objekte um sich herum manipuliert. Das würde passen. Also... Als ob er echt nicht da ist. Das passt alles zum Poltergeist. Wandert da nicht. Da hab ich glaube auch. Ja. Ich weiß nicht, wann wir... wann wir zurückfahren und gucken, was es ist. Könnte man machen. Warte, ich fahre das Buch. Und ich hab ja die Sanity... was mich da... Ja, du hast ja nochmal Sanity gefressen. Du hast Sanity gefressen. Okay, Dreamy geht nochmal rein. Ich werde fliegen. Okay. Ja, mit Räuchern ist leider nichts mehr. Genau. Also diese Effekte sind schon nice, ne? Die es tun jetzt hin. Achso. Hä? Hä? Ich würde schon sagen, dass der hier sich hier so in dem Bereich befindet. Ich bin hier... Ich bin hier... Ich bin hier... Das ist halt vielleicht als Geist... Wenn man selbst Geistes doch irgendwelche Hinweise geben könnte. Albe! Geist! Schreibe ins Buch! Albe! Ja... Also ich bin derzeit immer noch für Bräutergeist. Uh! Oh, oh, oh! Da ist er! Da ist der Butcher hier! Ah! 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 Hi da! Wie geht's? Iiiiih! Hat der eine hessliche Fresse! Und tot! Ah! Ah! Oh Mann ey! Und tschüss! Tja! Schön war's mit der vollen Sanity, ne? So, ich check noch mal ganz kurz... Äh! Dingens hier! Das Buch! Das Buch! Und... Das Buch! Nee! Das Buch wird nicht geschrieben! Also ich bin immer auch dafür, dass es eher ein Poltergeist war! Wow! Okay! 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 Ich glaub... Ich hab dir das... Geht's? Ich weiß das gar nicht! Ich hab dir das... Geht mich am Arsch! Nein! Hau ab, Nisi! Nein! Es hat sich in der City reingegangen... Es hat sich in der City reingegangen und zu sterben! Nisi, nein! Hau ab! Hau ab! Hau! Jiiiiiii! Ah, da kommt der! Ja! Ja, das war's! Das... Ist die tot? Ja! Scheiße! Game over! Unser erster Game over! Nein, Nisi! Lückwann soll! Niii! Unser erster Game over! Oh, Scheiße! Alter! Oh nein! Es tut mir so leid! Ich hätte gedacht, ich könnte noch... Wir können jetzt nicht mal sehen, was es gewesen wäre! Nee! Es tut mir so leid! Ich fühl mich so schuldig! Es tut mir so leid! Auf Wiedersehen Gegenstände! Wegfahren soll! Wow! Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Schön!